Ich kenne nur einen, der es gut raucht wird. Wer den Killer jedes Mal damit abfuckt. Wer denn? Du! Ich wollte ja auch in dem selben Killer, das war sogar in der einen Runde zweimal hintereinander. Inzwischen habe ich es aber als Killer drauf, das zu kontern. In dem ich nämlich genau das gleiche mache. Ihr kennt ja diese Melee-Drescher auf den manchen Maps. Ja. Und da ist ja so ein Heuball und diese Weibers haben es irgendwie geschafft, dass es ein Heuball kommt. Ja, da kannst du dich draufstellen und dann kannst du auch wieder raufklettern. Ja, genau. Und die sind da drauf gestanden und zwar von denen haben mich getebert die ganze Zeit. Ich weiß nicht genau, was der Plan von denen war, aber ich habe sie einfach von unten K.O. geschlagen und dann aufgehoben. Tja. Ich habe keine Ahnung, was der Plan dahinter war, aber naja. Sie wollten gucken, ob du rankommst. Ja, aber nachdem ich den einen schon erwischt hatte und den aufgehängt habe, ist er dann später wieder drogen. Dann ist das... Oh, und das geht nicht. Toll, Schweinebaum und ich bin direkt bei einem Generator und einem Haken. E-Jaw. Ich bin... Aber ich bin... Ausgangstor und Generator. Ja, ich bin an der... Ja, ich bin auch... Ausgangstor, Raten und Generator. Oh, Kette sehe. Wie Billy. Da kommt... wenn du die kannst du auch gut wollen, das machst du doch auch immer gerne, aber auf der Karte ist es schwierig komm doch, komm doch jo, wir machen während der Zeit schon mal alle Generationen, ne? der kommt wieder, von vorne so, ich hab ihn auch betäubt achso, er hat ihn genommen der ist beschäftigt scheiße, warum bin ich zu weit, ich hab da gar nicht drauf geachtet oh, der hat fallen wieder zu weit reingekloppt ich wundere mich so, warum ist meine Selbstteilung und so hin Alter, deine Frisur ist irgendwie bei mir echt verdrutscht das trinken wir jetzt schon es schaut so aus, als hättest du nur so eine... ich hab 2 auf Level 1, ich hab keinen Item, ich hab keine Opfergabe, ich hab nichts es schaut ein bisschen so aus, als wäre dein Korb einfach schwarz angemalt und die eigentliche Frisur ist durchsichtig bei mir cool, muss man Screenshot machen hat wir nur den Killer mit Screenshots verloren der Killer hat mich verloren der guckt in den Schrank wie ist der, der Killer, also die kurze, kurze für einen Screenshot bei Steam äh, 12 war das glaube ich, ne? ich will grad den Killer, jetzt kommt der Pizzer du hörst du dann noch an so nem Kamera zu Boden ja, nur jetzt ist grad, jetzt ist grad der Bug nicht vielleicht am Generator noch? nein, das ist so geil jetzt komm ich nur am Generator und weg, Esser oh ja, warte was denn? oh jetzt als ob ich stehen bleibe, nachdem ich den Killer angemacht werde, ne? Go go manchen machen das doch wirklich Och ne, kick mich jetzt bitte nicht aus dem Spiel Er ist schon wieder hinter mir her Ja, bei mir jetzt Cool, dann kann man den rat aufm Haus machen Oh, jetzt hat er mich gekriegt Ei, dahinten liegst du Oh, grün heißt Medikit. Fast so gut wie meine Selbstheilung. Bau noch fast. Oh, du hast mich nicht. Wer kommt? Schweinebaum-Generator. Wieder betäubt. Der weiß echt nicht was er machen soll. Er hat mich schon wieder verloren. Ganz gemein sein. Alter. Ich mach halt einfach den Generator, wo ihr gerade gefeiert habt. Ich hab auch gerade einen Angefangenen gefunden. Ja, ich bin am Schweinebaum. Jetzt wird er gerade auf den Pedrischern geguckt. Jetzt kommt er wieder mehr. Alter, war das knapp. Ja. Fuck. Ich hab den da gerade angeslidet. Fuck. Generator ist gleich fertig. Ja. Also, also Stun lässt er sich. Das muss ich ihm lassen. Oh. Oh, jetzt bin ich ganz in deiner Nähe. Ja, ich weiß. Ich hab dich eben schon gesehen. Rechts ist ein Ausgang, rechts von mir. Langsam gehen wir die Paletten. Aber es macht mal einer das Ding am... Äh... Ich bin fertig. Also, am... Hm? Wumster. Hey, scheiße. Wir haben Schweinebaum. Schweinebaum, okay. Ja. Oh. ja ich mach H wissen t mein wasser Beta mir macht im Ausgang weiter auf das Porsche St ein Rertain er kommt zur Form oderamos und so um 20 holster doch jetzt auch der Killer er kommt was macht er denn da wir liegen hier so ein bisschen rum aber er wird mich aufheben jetzt rennt er hier rum er sucht mich wie weit ist der andere Ausgang auf? zur Hälfte auf jeden Fall sag's mal wie weit es hat sie erholt? also ich bin voll ja zwei Drittel ja was nun? er hebt Sion auf jetzt komm her eil ihn eil ihn jetzt jetzt nein mach deinen Ausgang fertig er ist beim Ausmachen gestaut er ist beim Ausmachen gestaut er ist beim Ausmachen gestaut er will schon wieder Simon ja ach nee ausgang ist offen ausgang ist offen er kann gehen helft ihm ich würde dir gerne helfen warte ich komme einfach raus wir teilen uns Office besser schade dass das Rechner funktioniert mit Sprintbooster am Boden ja aber ich hab ein Helix er kommt zu Wasser really ich bin tot heilt ihr mal bitte Siren oder ich raus er kriegt raus das geht nicht das geht nicht das geht nicht blockiert ihn Bodyblock reicht nicht reicht nicht reicht nicht reicht nicht reicht nicht reicht nicht doch 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 Heilung los kriecht oh das war falsch los grinn ab schluss das war ja so geil wir sind alle am Tor schluss krass und der Killer so wie er direkt disconnectet schluss er hat er ziemlich gute Addons mit dem Schlipp ja hat er ja das war richtig lustig blöch